Jesus ist Gott gleich, in dem der Bruder von Zeugen Jehovas sagt, Jesus ist Gott gleich. Aber in der Bibel lesen wir, dass er der wahrhaftige Gott ist und das ewige Leben in 1. Johannes 5, Vers 20. Oder in Römer 9, Vers 5, dass er der ewig zu preisende Gott ist. 1767 Abweichung des Gurttextes ist absolut gefälscht. Die Zeugen Jehovas sind ges Daddy und haben mit dem bieblieben Jesus nichts zu tun. 266 Stellen in Ihre Neuwelt-Übersetzung sind verdreht, sind verzerrt, sind gefälscht. Sie verkündigen ein ganz anderes Evangelium als das, was in der Bibel steht. Und die Bibel sagt ganz klar, wer ein anderes Evangelium verkündet, ist das, was ihr gehört habt, der sei Versuchte. Die Zeugen gehören also zu den Versuchten. Sie brauchen die Gnade Gottes. Sie brauchen die Gnade Gottes. Denn sie gehören zu den Versuchten. Denn jeder, der ein anderes Evangelium verkündet, sagt die Bibel, der ist was nicht. Zeugen Jehovas sind keine Christen. Zeugen Jehovas sind keine Christen. Sie gehören zu den Versuchten. Allein das Wort Gottes, die Bibel bringt Liebe. Nicht Wachtung, nicht die katholische Kirche, nicht Charles Wassels, nicht Joseph Smith, Nicht der Papst, nicht die Maria, nicht Buddha, nicht Krishna, nicht Mohammed. Allein Jesus Christus retten. Wir brauchen Jesus Christus.